Wie ist der Windrad an vereisungsgefährdeten Standorten? Jedes Windrad an vereisungsgefährdeten Standorten braucht einen Eisdetektor. Eisdetektoren, die auf der Gondel der Anlage sitzen, sind nicht mehr Stand der Technik. Heutzutage misst man Eisansatz an den Rotorblättern direkt. Wir können mit Blade Control die Eisbildung am Rotorblatt messen, und zwar dadurch, dass das Rotorblatt schwerer wird, wenn sich Eis anhaftet. Wenn sich Eisstücke bei laufender Anlage von den Rotorblättern lösen, werden sie mit einer Bahngeschwindigkeit von ungefähr 250 km pro Stunde abgeworfen und können bei den Anlagen, die wir hier im Hintergrund sehen, bis zu 400 Meter weit fliegen. Behörden fordern üblicherweise etwa ab 1,5 bis 2 Zentimeter Eisdicke eine Abschaltung der Anlage. Blade Control ist in der Lage, Eis schon im Millimeterbereich zu messen und ist insofern viel feinfühliger, als es eigentlich notwendig ist. Dadurch stellen wir sicher, dass die Umgebung jederzeit ungefährdet bleibt. Für den Betreiber ist der große Vorteil von Blade Control, dass der Eisansatz auch im Stillstand gemessen werden kann, sodass das System auch erkennt, wann das Eis wieder abgetaut ist. In dem Fall können wir die Anlage automatisch wieder in Betrieb setzen, ohne dass jemand vor Ort die Anlage auf Eisfreiheit inspizieren muss. Über ein Web-Tool können unsere Kunden jederzeit sehen, dass die Systeme messbereit sind und unser Monitoring-Center kann nachweisen, ob und wann Störungen vorlagen. Die Messdaten selbst werden auf einem Datenbank-Server geschützt gespeichert und sind nicht manipulierbar. Wir bieten an, jährlich zu prüfen, dass die Anlagen auf ein Eissignal auch tatsächlich mit einer Abschaltung reagieren. Diese Serviceleistungen können als jährliches Paket gebucht werden. Blade Control ist vom DNV GL zertifiziert, und zwar sowohl als Eisdetektionssystem als auch als Schadensdetektionssystem und wird daher von allen Behörden anerkannt. Blade Control ist an etwa 2500 Anlagen weltweit installiert, viele davon stehen in Deutschland und damit haben wir mittlerweile ungefähr 6000 Jahre Betriebserfahrung gesammelt mit dem System und sind deswegen überzeugt, dass wir ein zuverlässiges System anbieten.